Es gibt da draußen einen Mann, einen Geheimagenten, der die ungewöhnlichsten Fälle löst und sich mit den ungewöhnlichsten Gegnern anlegt. Manchmal braucht er dazu auch gewisse Hilfsmittel, Gadgets und manchmal einfach nur seinen scharfen Verstand und manchmal auch einfach nur seine Fäuste. Ja, wer ist dieser Wahnsinns-Crack? Nein, es ist nicht James Bond. Die Rede ist von Colonel Harold Wilberforce Clifton, in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Percy Pickwick. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der letzten Folge habe ich das Chaos erwähnt. Und was heißt in der letzten Folge, ich habe immer wieder das Chaos erwähnt, das so zutage tritt, wenn deutsche Verlage franco-belgische Comics herausbringen wollen. Und auch diese Reihe blieb davon nicht verschont. Colonel Clifton heißt der gute Mann im Original und im Deutschen wurde er bekannt unter dem Namen Percy Pickwick. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Colonel Clifton wurde 1959 von dem Zeichner Raymond Machereau erfunden. Seine Abenteuer erlebte er zuerst in dem belgischen Tante-Magazin. Also das ist das Magazin von Tim und Struppi. Allerdings zeichnete und schrieb Machereau nur drei von Colonel Clifton's Abenteuer. Dann gab er die Reihe ab und seither haben verschiedene Zeichner und Texter die Abenteuer gestaltet. Da waren Joel Azara, Michel Regnier, Philippe Ligiois, Bob de Grote, Bernard Dumont und zuletzt Michel Rodrigue. Die bislang letzte Geschichte, Ballade Irlandais, erschien 2008. Die Hauptfigur, Colonel Clifton, ist ein ehemaliger britischer Oberst- und Geheimagent im MI5. Und jeder, der schon mal James Bond gesehen oder gelesen hat, wird sich fragen, MI5? War da nicht was mit MI6? Ja, das ist richtig. MI6 ist der Auslandsgeheimdienst. Und das ist klar, James Bond reist ja ständig in der Welt herum. Und der MI5 ist der Inlandsgeheimdienst. Das ist ungefähr so wie in Deutschland der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz. Am Anfang noch sehr zaghaft, wurde die Serie immer mehr auch so eine Parodie auf die typisch britische Lebensart. Als Clifton beispielsweise einen Verbrecher aus dem Gefängnis befreien will, um an dessen Bande ranzukommen, da lässt er, um die Wachen aufzuhalten, einen Kassettenrekorder mit der englischen Nationalhymne abspielen. Die Wachen stehen sofort stramm und salutieren und Clifton und der Gefangene können entkommen. Und neben solchen humoristischen Einlagen ist auch immer wieder Slapstick ein großer Bestandteil der Serie. Clifthons Wohnort ist Paddington, geschrieben mit U, also wie Puddington. Und das ist wohl an den Stadtteil von London und gleichnamigen Bahnhof Paddington angelehnt. Ja, ganz im Allgemeinen sind die Ortschaften, in denen Colonel Clifton unterwegs ist, wenn man jetzt mal von London absieht, eigentlich keine echten Ortschaften, die in der Realität existieren. Es sind meistens, äh, ja, irgendwelche Wortspielchen im Englischen. Genauso übrigens wie die Namen der mitspielenden Figuren. Lediglich der Name von Clifthons Haushälterin, Patridge, fällt da etwas aus der Reihe. In der Wikipedia wird vermutet, dass es sich dabei um eine Anspielung auf Agatha Christie's Roman Die Schattenhand handelt. Dort gibt es eine ähnliche Haushälterin, die genauso heißt. Kolonel Clifton erlebte sein erstes Abenteuer unter dem Namen Colonel Clifton in der ZAK Nr. 5 1974. Und schon da geht das Ordnungschaos los. Denn es wurde nicht die erste Geschichte des Aushilfsgeheimagenten veröffentlicht, sondern die dritte. Und in einem Einführungstext, wo die Serie Kolonel Clifton vorgestellt werden sollte, kam man mit den Autoren völlig durcheinander. In dem Text wurden Bob de Grot und Michel Reynier als Autoren genannt. Und das, obwohl die fragliche Geschichte, wie es auch über ihr drüber steht, direkt von Maschero stammt. Interessant ist auch, dass Michel Reynier, der unter dem Pseudonym Greg bekannt wurde, nie mit Bob de Grot zusammen an Colonel Clifton gearbeitet hat. De Grots Partner bei Colonel Clifton war Philippe Ligeau, bekannt unter dem Pseudonym Turk. Nachdem dann ein paar Geschichten von Colonel Clifton bei ZAK erschienen waren, wechselte er den Arbeitgeber und ging zu Kauka. Dort durfte er sich bei Fix und Foxy und anderen Kauka-Publikationen austoben. Und das unter dem Namen Sir Harold. Der Titel ist eigentlich ein kleiner Fauxpas. Denn Clifton wird erst in der Geschichte Mortelle Saison zum Ritter geschlagen. Dann wechselte Colonel Clifton erneut den Arbeitgeber und wanderte zu Upps. Und irgendwo da, zwischen Kauka und Upps, wurde der Name abgewandelt. Aus Harold Wilberforce Clifton wurde Percy Paul Pickwick. Und den Namen behielte er auch bei, als Carlson anfing, die Abenteuer von Clifton-Pikwick als Alben herauszubringen. Warum der Name geändert wurde, da habe ich leider gar nichts dazu gefunden. Ich kann nur etwas mutmaßen. Denn wie gesagt, der neue Name kam auf, als Percy Pickwick zum ersten Mal in Upps veröffentlicht wurde. Upps hatte allerdings schon eine Reihe eines Privatdetektivs. Respektive erfunden hat ihn der Krimi-Autor Wolfgang Ecke. Aber wann immer es in Upps irgendwelche Detektiv-Gimmicks kam, da durfte Perry Clifton auch hier ermitteln. Vielleicht befürchtete man, dass man Colonel Clifton und Perry Clifton miteinander verwechseln könnte. Oder dass irgendjemand der Meinung sein könnte, dass Colonel Clifton quasi die Comic-Abenteuer von Perry Clifton wären. Was auch immer der Grund war, Colonel Clifton hieß nun Percy Pickwick. Der Name leitet sich von einem Roman von Charles Dickens ab. The Posthumous Papers of the Pickwick Club. Hauptfigur ist hier ein gewisser Samuel Pickwick. Er ist Gründer des Pickwick Clubs, um neue Erkenntnisse zu sammeln. Das passt irgendwie auch zu einem, äh, ja, Geheimagenten und Privatdetektiv. Mit der Namensumbenennung wurde das Reihenfolgenchaos noch größer. Denn die erste Geschichte, die in Upps veröffentlicht wurde und die später tatsächlich auch Band 1 der bei Carlsen erschienenen Pickwick-Reihe wurde, war 7 Tage Angst. Original Set Jure Pour Murir. Es war allerdings Geschichte Nummer 16 im Verlauf der Colonel Clifton-Reihe. Die allerersten drei Geschichten von Colonel Clifton, die verschwundenen Geldschränke Percy Pickwick in New York und unter falschem Verdacht, die allesamt von Mascheros stammen, erschienen erst in Band Nummer 10. Tatsächlich veröffentlichte man danach die Alben in der Reihenfolge, wie sie nach 7 Tage Angst erschienen waren, mit Ausnahme der kürzeren Geschichten und der einseitigen Geschichten. Nach Band 8 brach das allerdings plötzlich ab und man veröffentlichte ältere Geschichten, wie gesagt in Band 10 die ersten drei, sozusagen als Jubiläum. Und was kann man tun, um dieses Chaos an Geschichten und Veröffentlichungen etwas zu lichten? Natürlich, man bringt eine Gesamtausgabe raus. Das hat schon bei Asterix geholfen. Als ich das Thema für die heutige Folge festlegte, wollte ich eigentlich meine Sammlung etwas erweitern und Material sammeln. Dabei stellte ich fest, dass beim Carlsen Verlag die ganzen Percy Pickwick Comics nicht mehr originär zu erhalten waren. Also ging ich ein wenig auf die Suche und siehe da, ich fand Meldungen, dass Carlsen die Rechte an der Reihe nicht mehr hat. Diese waren an den Comic Verlag Thunfisch. Also jetzt nicht Thunfisch, also Thunfisch wie in der Dose zum Essen, soll man sowieso nicht machen, wegen Umwelt und so weiter, aber der Thunfisch ist überhaupt nicht gemeint, sondern Thunfisch, also Thun mit Doppel-O geschrieben. Tatsächlich hat Thunfisch bereits drei Sammelbände angekündigt. Sechs sollen es wohl insgesamt werden. Sammelband 1 soll nach den Plänen des Verlags am 1. Dezember 2014 erscheinen. Sammelband 2 am 1. Februar 2015. Und Sammelband 3 am 1. April 2015. Eine Ausgabe soll dabei zwischen 144 und 200 Seiten umfassen. Das heißt, es ist genügend Platz für alle Percy Pickwick-Kolonel-Clifton-Geschichten groß oder klein. Und dazwischen hoffentlich noch für die eine oder andere Information, wie die Alben entstanden sind. Deswegen werde ich heute auch kein konkretes Album besprechen, sondern einfach nur meiner Freude Ausdruck verleihen, dass auch Percy Pickwick es jetzt geschafft hat, Held einer Sammelausgabe zu werden. Ich persönlich habe Percy Pickwick natürlich in Yps kennengelernt. Und auch er ist einer meiner Kindheitshelden. Da freut es mich natürlich umso mehr, dass ich heute mit der Ankündigung abschließen kann, Percy Pickwick wird zurückkehren. Äh, obwohl, wenn ich das so sage, das klingt irgendwie so ein bisschen doof. Nein, wir machen das auf die James-Bond-Wweise. So wie das in den alten klassischen James-Bond-Filmen immer war. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Warum gibt es das nicht mehr bei den neuen James-Bond-Filmen? Da wird die Ankündigung immer an das Ende vom Abspann gesetzt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Klassisch Bond-like ist es, wenn die Ankündigung der nächsten Geschichte direkt am Ende der Geschichte kommt. So, damit man direkt weiß, auf was man sich als nächstes freuen kann. Und also, dann ganz Bond-like abgeschlossen. Hier nun die Ankündigung vor dem Abspann. So, damit man direkt weiß, dass die Ankündigung vor dem Abspann ist. So, damit man direkt weiß, dass die Ankündigung vor dem Abspann ist. Untertitelung des ZDF, 2020